Du möchtest mit Dark Blend anfangen, hast aber gehört, dass der verdammt stark sein soll und deswegen noch keine Ahnung, wie du das Ganze angehen sollst oder hast Schiss, dass das einen geisteskranken Nikotinfleisch gibt, dann ist das das perfekte Video für dich. In diesem Video erkläre ich dir, was Dark Blend überhaupt ist, wie du das bauen solltest, damit du kein Nikotinfleisch bekommst und das Ganze auch ordentlich genießen kannst. Bevor wir jetzt aber gleich hinter mir zum Bauen von dem Dark Blend kommen, erstmal ein paar Datenfakten. Nur ein kurzes Intro. Ihr kennt ja bestimmt bis jetzt den hellen Tabak, das ist sogenannter Virginia Tabak. Und dann gibt es noch dunklen Tabak, der wird umgangssprachlich Dark Blend genannt. Für Dark Blend gibt es keine Norm oder ähnliches, sodass man genau weiß, was drin ist. Im Grunde ist Dark Blend aber immer eins, stärkerer Tabak als Virginia, der meistens auch auf einer dunkleren Molasse ist und meistens wird da eben aus Burley Tabak gemacht, was eben ein anderer Grundtabak ist, der dann auch nochmal ein bisschen mehr nach Tabak schmeckt. Heißt, wenn ihr euch einen Dark Blend holt, dann habt ihr eben auch mehr Grundtabakgeschmack. Und durch diesen anderen Grundtabak können auch andere Aromen benutzt werden, beziehungsweise kommen bestimmte Aromen, die bei einem Virginia nicht so gut funktioniert hätten, mit einem Dark Blend auf einmal hervorragend gut. Was bedeutet, wenn jemand Dark Blend ausprobiert, öffnet sich eine komplett neue Welt an Shisha-Tabakgeschmäcker. Nicht nur, dass im Ausland teilweise sehr viel Dark Blend geraucht wird, ihr habt auch noch viel mehr Marken, auf die ihr auf einmal zurückgreifen könnt. Ich will euch aber vorher noch ein kleines bisschen warnen. Ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, Dark Blend ist stärker als der normale Shisha-Tabak, der helle Virginia, den man so kennt. Diese Stärke kann krass variieren. Es kommt super auf die Marken an und da muss ich euch auf ein anderes Video verweisen. Und zwar haben wir alle Dark Blend-Marken, die es in Deutschland gibt, der Stärke nach sortiert. Das habe ich euch unten verlinkt. Wenn ihr anfangen wollt mit Dark Blend, dann nehmt am besten einen relativ leichten Dark Blend und steigt nicht direkt mit dem schwersten ein, beziehungsweise mit dem, der am meisten ballert, weil der könnte euch schon ziemlich aus dem Leben nehmen, wenn ihr bis jetzt nur Virginia-Tabak gewohnt seid. Guckt euch also das Video mit der Skala an, dann wisst ihr, was ist tendenziell eher ein leichter Dark Blend und dann holt ihr euch erstmal den für den Anfang, anstatt mit den stärksten einzusteigen. Und, wo wir gerade bei der Nikotinstärke sind. Ihr seid nicht cooler, je stärker ihr rauchen könnt. Also überlegt euch gut, ob ihr eure Nikotinsucht wirklich aufs nächste Level heben wollt, nur damit ihr Dark Blend rauchen könnt. Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man erstmal angefangen hat mit Dark Blend und da richtig drin ist, dann kann das irgendwann sehr schwer fallen, auch einfach nur Virginia zu rauchen, weil sich euer Körper komplett an das Nikotin von einem Dark Blend gewöhnt hat und dann taugt euch irgendwann Virginia nicht mehr so. Und dann seid ihr noch tiefer in der Nikotinsucht drin. Also überlegt euch gut, seid gewarnt, ihr müsst selbst wissen, was ihr macht. Ich bin happy mit Dark Blend, das heißt aber nicht, dass das andere Leute auch werden. Jetzt aber die Frage, wenn der stärker ist, wie könnt ihr den rauchen, wenn ihr den unbedingt probieren wollt, ohne dass es euch komplett aus dem Leben nimmt. Und dann kommen wir zum Kopfbau. Nehmt euch am besten am Anfang erstmal einen Funnel. Wenn ihr noch einen Kopf, so einen normalen Tonkopf mit Kamin habt, legt den besser erstmal beiseite. Guckt euch erstmal Funnel allgemein an und wie das ist mit einem sogenannten HMD zu rauchen. Da seid ihr erstmal besser mit bedient, als mit Dark Blend einzusteigen. Wenn ihr aber schon ein bisschen Funnel raucht und ihr damit gut klarkommt und ihr auch bei Virginia keinen Nikotinschock mehr bekommt, dann könntet ihr den nächsten Step angehen. Und der wäre meiner Empfehlung nach. Ihr holt euch eine Dark Blend, rührt den natürlich erstmal ordentlich um, so wie man das immer von einem Kopfbau machen sollte. Und dann packt ihr erstmal so ungefähr 10% an Dark Blend in euren Kopf. Den Rest führt ihr dann auf mit Virginia. Also ganz normal, der helle Shisha-Tabak, wie ihr es gewohnt seid. Und dann raucht ihr den und guckt erstmal, ob da was mit euch passiert, ob ihr einen Nikotinschock bekommt oder ob ihr das so angenehm rauchen könnt. Wenn ihr das angenehm rauchen könnt, dann könnt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr euch einen Kopf baut, die doppelte Menge an Dark Blend reinmachen und mal so auf 20% gehen. Und dann dasselbe Spiel wieder. Ihr baut den Kopf ganz normal mit Virginia fertig. Ihr probiert das Ganze. Ihr bekommt keinen Nikotinschock. Euch geht super und es schmeckt lecker. Hervorragend. Dann könnt ihr beim nächsten Mal auf 30% gehen. Und ich glaube, ihr habt das System mittlerweile verstanden. So könnt ihr das machen, bis ihr einmal rundherum euren Kopf aufgefüllt habt. Wichtig zu wissen, wenn ihr anfangt mit dem Dark Blend zu rauchen, dann könnt ihr euch das Leben noch ein bisschen leichter machen, indem ihr den Tabak hier ein bisschen mehr andrückt als sonst. Also sagen wir mal, von der Höhe her habt ihr das sonst so, dass der HND obendrauf leichten Kontakt hat. Dann baut den Dark Blend Part gerne mal so, dass er erstmal keinen Kontakt hat. Und durch das Andrücken wird das Nikotin auch noch ein bisschen zurückgehalten, was es auch nochmal etwas angenehmer macht zu rauchen. Also den Tabak einfach so weit runter drücken, dass wenn ihr von oben gerade über die Kante gucken würdet, ihr den Tabak nicht mehr seht. Also das definitiv kein Overpack ist. Und das sollte deutlich angenehmer sein. Und so könnt ihr das Spiel dann weiterspielen, bis ihr 100% von dem Kopf mit Dark Blend voll habt. Und wenn ihr das immer noch wunderbar rauchen könnt, dann würde ich euch empfehlen, könntet ihr auf jeden Fall mal noch einen Meerlochkopf testen. Da kommen die Aromen von dem Tabak generell nochmal ein bisschen anders rüber. Und ich finde, das ist vor allem bei einem Dark Blend ein großer Vorteil von einem Meerlochkopf. Also wenn ihr einen Funnel angedrückt raucht, dann irgendwann vollgepackt raucht, dann könntet ihr irgendwann mal auf einen Meerlochkopf switchen. Das hier ist jetzt zum Beispiel die Cosmobol. Die gibt es ab 15 Euro mit Code SWG10. Das ist mein Rabattcode, packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung. Kriegt ihr den auch nochmal 10% günstiger, also dann für 13,50 Euro. Und das ist eigentlich schon alles, was ihr zum Kaufbau wissen müsst. Am Anfang mit wenigen Prozent starten, dann mit Virginia auffüllen, dann gucken, wie viel ihr abkönnt über Dauer und tendenziell am Anfang mal ein bisschen mehr anpressen und ein bisschen niedriger bauen, als ihr es sonst machen würdet mit einem Virginia-Tabak. Und dann sollte das klappen. Die allgemeinen Tipps, die ich gleich noch für euch habe, sage ich euch. Aber erstmal legen wir Kohle und machen uns das Köpfchen hier an. Köpfchen ist gebaut, Köpfchen ist auf der Pfeife und die Kohle ist auch drauf. Ihr seht jetzt, ich habe zwei Kohlen drin und eine noch auf Kipp. Wenn ihr ein Meerloch raucht, könntet ihr sogar zwei oben noch auf Kipp packen. Wenn ihr eine Funnel raucht, raucht auf jeden Fall erstmal so an. Das heißt, ihr legt die Kohle drauf, lasst dem Köpfchen erstmal ein Minütchen Zeit, zieht ab und zu mal und guckt mal, wie weit der ist. Beim Verlauf des Rauchens habe ich noch einen wichtigen Tipp. Ihr könntet nämlich das sogenannte Mickey-Maus-Setup machen. Nehmt immer lieber zu wenig Hitze als zu viel Hitze. Was ihr zum Beispiel machen könnt, ist eine Kohle in die Mitte legen und dann zwei Kohlen obendrauf kippen, damit das Ganze so aussieht. Deswegen den Öhrchen nennt man das Ganze dann auch Mickey-Maus-Setup. Und so könnt ihr rauchen. Ihr habt ein bisschen mehr indirekte Hitze, ein bisschen weniger direkte Hitze und das könnte deutlich angenehmer sein. Übertreibt es nicht mit der Hitze, fangt lieber an mit zu wenig Hitze. Steigert euch langsam, um herauszufinden, wie viel Hitze ihr möchtet. Wäre das zum Beispiel immer noch zu viel, könnt ihr eine von den beiden gekippten Kohlen weglegen, habt eine drin und eine auf Kipp. Wäre das immer noch zu viel, könntet ihr noch eine wegnehmen und habt nur eine drinnen. Aber gerade beim Meerloch und da ich auch weiß, wie ich das Ganze gerne rauche, weiß ich, ich kann auf jeden Fall zwei Kohlen reinmachen und eine obendrauf kippen. So, jetzt kommen wir gleich noch zu den allgemeinen Tipps. Und dann sollte das Ding wunderbar laufen. Wie gesagt, passt ein bisschen auf die Hitze auf. Immer lieber weniger Hitze als zu viel Hitze. Und jetzt noch die versprochenen allgemeinen Tipps, die ihr unbedingt immer beachten solltet beim Pfeiferauchen. Ganz, ganz wichtig, das erste vorab. Wenn ihr drinnen raucht, lüftet ab und zu. Durch die Kohle entsteht Kohlenmonoxid. Bei dem Nikotin tut das auch gut, wenn man ein bisschen mehr Sauerstoff mit ein bisschen mehr frische Luft bekommt. Also, am besten einfach ab und zu stoßlüften oder wenn es nicht arschkalt draußen ist, einfach das Fenster dauerhaft auf Kipp lassen. Dann kommt immer ein bisschen Luft rein oder ihr lasst es einfach gleich komplett offen. Auch wichtig, bei der Pfeife immer ein bisschen was trinken. Schönes Wasser dabei haben, vielleicht auch ein Softdrink mit noch ein bisschen Zucker. Da macht euch der Kreislauf auch weniger einen Abflug. Und, was immer hilft, wie beim Alkohol, so auch beim Rauchen, ist, wenn ihr ein bisschen was im Bauch habt. Also, überfresst euch nicht komplett vorm Rauchen. Dann wird es eher anstrengend zu rauchen. Aber esst ein bisschen was. Habt ein bisschen was im Magen. Wenn du jetzt den ganzen Tag noch nichts richtiges gegessen hast und du ballerst dir dann ein fettes Köpfchen Darkbind rein, kann das tendenziell mehr ballern, als es das normal würde. Also, auch einfach vorher noch ein bisschen was essen. Und wenn du merkst, dass es ballert, die wird irgendwie ein bisschen schwindlig, die wird vielleicht sogar ein bisschen übel, du kriegst ein bisschen Gänsehaut, ein bisschen Kaltschweiß, irgendwie sowas, dann hör auf, lass es sein. Nimm Kohle runter, geh mal raus an die frische Luft. Wenn dir schwindlig ist, pass auf, dass du nicht hinfällst oder so. Aber wenn es nicht geht, dann leg es nicht drauf an. Wenn dir Nikotin nicht bekommt, dann kann es vielleicht bei dir einfach sein, dass das mit dem Darkblend nichts wird oder nicht klappt. Weil am Ende willst du ja nicht irgendwie Arbeit reinstecken müssen, um krasser zu sein und mehr Nikotintabak zu rauchen oder so. Du willst Spaß dran haben und du willst eine leckere Pfeife haben. Aber, es gibt sehr, sehr leckeren Darkblend und wenn ihr den mal ausprobieren wollt, dann hoffe ich, dass die Tipps helfen. Wenn die helfen, wenn es euch hier gefällt, wenn ihr mehr Tipps haben wollt rund ums Shisha rauchen, dann lasst unten gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben, dann würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss.